Wobei man diese Sachen nicht selbst einstellen kann, das habe ich schon mal erwähnt, du kannst nicht einstellen, diese Gefühle, die man hat, empfinden, dass man hat, das kannst du nicht einstellen. Da gibt es keine Hebel und Schalter, wo man sagt, hier ein bisschen hoch stellen, ein bisschen runter, die Pegel einstellen. Genauso auch der Umgang mit anderen Menschen. Der Prophet sagte, ihr habt keinen Iman, ihr habt keinen Iman, bis ihr euch gegenseitig liebt. Also die Muslime untereinander. Es ist aber sichtbar, also man sieht das in der realen Welt, dass ein Muslim oft auch gegenüber einem Muslim manchmal nichts empfindet. Ist das eine Realität oder nicht? Der Prophet sagt aber, ihr habt keinen Iman, bis ihr euch gegenseitig liebt. Also alle. Du kannst dir nicht sagen, gut, ich liebe den jetzt mal. Das ist ja nicht Sinn und der Zweck der Sache. Das so auszusprechen, ist nicht Sinn und der Zweck. Ich habe gesagt, die Liebe ist etwas, was man empfindet und das äußert sich dann in deinem Verhalten, deinen Aussagen. Wenn du einfach nur so sagst, ich liebe ihn mal jetzt oder du redest dir ein, gut, ich liebe ihn, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Und deswegen sagt der Prophet danach, soll ich euch sagen, wie ihr euch liebt, also wie es dazu kommen kann, weil das ist ein Hinweis darauf, dass Liebe und derartige Dinge nicht Ikhtiari sind. Ikhtiari heißt, die sind nicht in deinem Vermögen. Also du kannst es nicht einstellen, du kannst es nicht selbst wollen. Er sagte dann, verbreitet den Salam unter euch. Das ist nur ein Beispiel. Was er damit sagen möchte, ist, dass die Liebe verursacht wird durch Auslöser. Es gibt Auslöser dafür. Deine Aufgabe ist es, diese Auslöser zu suchen und sie umzusetzen, damit diese Liebe entsteht. Versteht ihr? Und genauso das Gegenteil. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith, Al-Hubbu fil-la wal-mugdu fil-la, awsaqa'ura al-Iman. Die Liebe und die Abscheu für Allah gehört zum festen Halt des Imants. Aber auch die Abscheu ist einfach, ist nicht etwas, was man einfach mal so einstellen kann.